ich mache das game an und ich lade dich ein und dann gucken wir ob es geht ich hoffe ja weil wenn nicht weine ich ich hasse spinnen die sind ja so ekelig wo gehe ich dann hin hier ja mit pfeiltasten müsste es gehen warum denn mit den pfeiltasten weil du rechts bist also wenn du solche kisten einsammelt sie gibt es jetzt hier noch nicht aber da drüben auf der brücke ist so eine wenn du die einsammelt dann du hast den schlüssel jetzt musst du zur tür also aus den kisten kriegst du so wie bei mario mario kart nein was warte man hat noch keinen moment jetzt kannst du so eine kiste einsetzen die die hunde dann so angehen wie mache ich das hilfe an ihr bei dir ist hier der hund hier oben der ist richtig flott ja ja deswegen greift er dich nicht an verstehst du weil er denken wir sind und die schnauze wirklich durchdünn dünn alter ist seine pizza und ich bin so übergewichtig Hör doch auf zu essen und renn lieber! Warum hab ich ein Bonbon bekommen? Die dumme Tante, wie sie die ganze Weppel da herrennt. Du dumme, wirklich. Guck wie dick ich bin, was ist denn mit mir? Machen die Bonbons uns dick? Nee, eigentlich nicht. Machen die Bonbons? After dinner mince for when you've eaten too much. Nee, die machen uns dünn. Ach, dicker, saustark pausiert. Wirklich die Dumme! Alters, wenn! Dicker, die ist so schnell! Ja, ich will. Ja, Bro! Ach, dicker! Drei Atzen sind hier drunter. Und ich bin nur am Fressen und am Tetzeln, wirklich. Bombe, bitte! Hilfe! Hilfe! Geil, geil, geil. Eine Maske. Sven, weiter! Ja! Oh mein Gott. Guck's dir auch an. Drei von dem Dumm. Drei von dem Dumm. Nein, hä? Ich hatte eine Maske auf. Wieso haben die mich trotzdem entdeckt? Weiter, 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 weiter. Mein Arsch! Hilfe! Ja Sven! Sie sind alle hier! Was willst du denn machen? Acht Atzen, Sven! Ein Kaffee. Ich hab'n Kaffee bekommen. Ich werd' ja nicht mehr. Ich bin dick! Ich bin dick! Ah! Er hat mich... Sven! Scheiße! Hilfe! Ah! Er hat mich... Scheiße! Gleichzeitig! Nee. Das ist so unlucky. Ich bin so rund. Ich hab' den Schlüssel. Ah! Ja! Ah! Oh! 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 Das ist so... dumm getriggert sie nicht festhält ich habe den schlüssel ja jetzt haben wir es wenn wir es jetzt nicht haben weiß ich auch nicht ja hallo was war nicht wieder da der olle hallo ich habe so muskelkater im arm dass es weh tut eine flasche zu halten ja das ist jetzt einfach alles durchfringen wir machen das jetzt wir gewinnen das boxy um boxy um ich will sehen wie du ihn um box wir sind zu gut wir sind zu gut die box handschuhe sind op wir haben 11.000 punkte in der runde gemacht guck wie ich sie zusammen schlag schlüssel das ist ja so ein geiles game nichts ahnend und stupide gehen sie da in der gegend rum die hat mich die hat mich die hat mich wer hatte ich warum die dumme ganz leicht weiß alter die arzschaft guck sie dir an wie sie alle dahin rennen wie die idioten nix und weiter wir raschen jetzt kummer wir machen den speedrun ansonsten guck mich so dumm umgeboxt den dummen zu ab nach 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 Oh mein Gott. Ich hab's nicht gehört. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab dich nicht gehört. Du hast gar nichts gesagt. Ah ja, okay. Der ist neu. Alter, was? Oh, der ist neu. Hat er dich? Ne, ne? Der ist neu. Der kam. Mein Gleichzeug. Du bist immer so witzig. Ja, klar. Über wie ich witzig bin. Oh weh, oh weh. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Geil. Wie wir noch essen. Ja! Bats! Also die Zeit hast du nicht. Bats! Kie. Kommen sie hoch. Können sie rausschauen. Wie ist sie denn durch? Boah. Durch die ganze Atze. Jedem eins wird gegeben. Alter, guck mal was hier alles ist. Den kannst du alle einen auf die Rübe hauen. Guck sie dir an, die Dummen. Ich hab zwölfmal Knochis. Ich geh die Klausel. Der ist neu. Du hast doch den Knochen. Hallo. Jess, Hilfe. Was denn? Er stilwitzt dich. Alter, die Bombe hat mir grad so den After gerettet. Und durch, und durch, und durch. Meter machen, Meter machen, Meter machen. Die hauen so um. Ja! Ahaha! War das geil. War das geil. Geil. Doch! Oio! Alter, Party Jess! Alter. Können wir die alle jetzt umhauen? Ja! Ja! Pizza! Ja! Ja! Ich kann die doch endlich auch nur umhauen. Rates Pizza bis an meinen Lebensrund. Alter, geil. Ahaha! Ja! Wie hab's durchgepielt? Was ein geiles Game. Was ein geiles Game. Was ein geiles Game.